so dann machen wir das so nett dann haben wir da nämlich schon mal genau und dann würde ich nämlich hier hier kommt ja noch ein haus hin quasi hier dann könnte man aber hier hinten sag ich jetzt mal die treppe reinbauen ich habe auch schon kleine idee wie und zwar und zwar passt auf wir machen das nämlich folgendermaßen ich glaube das müsste nämlich dann funktionieren wenn wir da wir nehmen wir nehmen wir nehmen was nehmen wir denn da wie nehmen die nehmen wir nehmen wir kommen in dem der rio lied genau wir nehmen alle rio passt auf dann bauen wir muss ja es reicht eine einfache treppe im endeffekt sorge stufe stufe ich gedacht wird nicht funktionieren das heißt der müsste dann raus dann nehmen wir eine holztreppe hoch funktioniert noch weiter so machen das so achtet wir brauchen wir brauchen die wir brauchen fichten treppen wir brauchen treppen stufe wir brauchen treppen stufe fischen holz das ist schwarzeichen nein wir auch da kommen wir werkbank 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 da ist die werkbank so lass uns eben gucken so der internet der internet der internet so ein zwei drei vier haben wir zwölf stück ne sich das jetzt richtig ab zwölf stück da haben wir noch die slabs die packen wir dann dahin und wir haben keinen platz mehr da mensch ja kommen hauen sie einfach durch hauen sie durch was soll denn was soll es passt auf und zwar folgendes hatte ich mir dann überlegt passt nicht ich habe da so 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 na müsste nämlich doch jetzt nein es ist die frage was ist hier drunter das sieht kacke aus ne das sieht natürlich dann kacke aus das funktioniert nicht dann müssen wir das anders machen dann machen das so du musst wieder dahin weil ich würde ja dann schon wenn direkt mit oben abschließen so ne so dann pack mal da noch eine hin was ist denn wenn wir dann hier wenn wir das erstmal so machen so ja die sieht so keiner man kommt dran ne dadurch hat da ja eh noch das haus steht das eine und im notfall können wir die nachher immer noch umändern da ist ja aber wir kommen erstmal hoch das ist ja die hauptsache denn wir kommen erstmal hoch und das ist ja das was wir wollten dass wir erstmal hochkommen hochkommen gesagt so so dann können wir nämlich hier nämlich auch zumachen die wand die interessiert nämlich auch kein so dann kommst du da kommt das ding sinne so kann ich da offen lassen genau da kommt der das diorit hin da braucht man diorit genau das war das dann haben wir hier kann fenster hin da kam fenster hin da kommt auch noch ein diorit hin da hoch war doch so war doch so dann kann man den ja doch dass ich doch 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 gefällt mir das gefällt mir haben wir noch fackeln ja wir haben noch fackeln sehr schön dann können wir die nämlich jetzt hier mal sporadisch irgendwo an die wand klatschen damit wir mal hier ein bisschen platz kriegen so mache ich hier noch in der ecke so wie siehst du so siehst so schnell wieder dann packen wir da noch einen hin du sollst ja nicht runter verlieren sehr schön dann machen wir hier dann packt man da packt man dann so packt man den da rein ja kommt da die tür rein dann lassen wir nämlich jetzt erstmal so kommen dann nämlich nachher immer noch ändern aber wir haben ein häuschen jetzt ein zweites häuschen die fenster die sind ein bisschen ich will nicht sagen sagt man schnell sagt man schnell sagt man schnell die sind mir ein bisschen nicht wie heißt wie heißt man kann zu wenig durchgucken so das wollte ich was fliegen da was fliegt denn da pack mal da noch eine fackel drüber so das reicht das reicht doch 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 gefällt mir das sieht gut aus das sieht gut aus das kann man lassen da ist wieder einer irgendwann mal trittieren dann könnten wir nämlich jetzt hingehen dann wollte ich nämlich erst mal zu essen erst mal schnell zu essen holen den tur�� 저도 bürger 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 c applause Curry rein doch A4 klappt schon dankeschön war sehr lecker hat geschmeckt wunderbar ich wollte jetzt mit dem schüssel ich wollte gucken ob ich die birkenholzbretter ob man die auch anders schüsseln kann ob ich ihren quer streifen kriegen natürlich nicht das wäre nämlich dann noch so ein highlight gewesen wisst ihr so ein kleines highlight dann hätte man nämlich da hiermit sag mal schnell so wobei wir könnten auch die diuriten ihr könnt man bis komplett nach unten ziehen ich glaube das würde besser aussehen habe ich das gefühl ich glaube das machen wir hier auch diurit kommen lass uns mal eben diurit holen irgendwo werden wir noch ein bisschen haben war stopp bevor wir hier nett bevor wir hier wieder anfangen weil wir keinen platz haben weil ich ja nichts platz da machen wir das so da packen die kann man auch dahin packen die haben wir schon da drin dann können wir die erde kriegen wir nicht da rein aber die können wir hinten rein packen das passt dann packt man die erde eben auch stelle da hinten ein guck mal hier dann packt man die da rein haben die auch schon mal weg dann packen wir dann packen wir dann packen wir dann packen wir packen wir hier packt man die zielsteine rein die passen nein 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 so hier sonst noch also guck mal der passt auch weg kriegen das kriegen wir nicht weiß die keramik sand klima und ich weg die klima auch nicht weg diurit klima wir haben keinen platz wird hat aber die kisten hier weg packen ernsthaft jetzt wird zeit dabei immer aufräumen aber jede menge holz jede menge erde die erde kann man auch raus packen die kommt da hinten rein mensch meyer dass das das aus dass das da passt auch nicht her sehr schön als hätte man es geahnt so 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 die ich pack mal auch da sein dann haben wir dich auch weg so das haben wir das haben wir das haben wir da ist tote hose was haben wir hier drin da ist limestone das heißt aber wir können auch jeden rest erstmal reinpacken so der diurit brauchen wir das packen wir erstmal hier hin wobei wir hätten ja auch oben einfach mal eine kiste hinstellen können sie wäre ja möglich gewesen so jetzt brauchen wir brauchen diurit diurit lasst uns gucken ob wir hier da oben ist noch die huri tatsächlich jetzt schon anders sieht da oben ist diurit komme ich da irgendwie dran eigentlich ja schon lass uns mal eben darum gehen so blip 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 blick war das granit sie ist und da weißest nämlich diorit dann holen wir uns bei hier diorit raus dass da so es war nicht viel haben wir hier noch irgendwo diorit das granit keine ahnung was ja sieht schlecht aus aber hier wird nur so viel oder sieht richtig gut aus das sieht richtig 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 gut aus gleich gefällt mir das noch graniten das ist granit ja da ist granit kommt ja sowieso der ganze berg kommt ja hier weg von daher ist ja egal egal von daher da haben wir noch ein bisschen doch das sieht gut aus dass sie richtig richtig gut sieht das aus richtig gut wobei der diorit hier poliert der diorit er hätte da oben bestimmt auch wunderbar ausgesehen der hätte bestimmter auch wunderbar ausgesehen aber ist ja nicht schlimm upsala upsala ja da war ein sprung ne halleluja was war das denn jetzt und damit habe ich jetzt nicht gerechnet ich wollte nicht sterben nicht so früh da kommt gar nicht hin da doch da da ich finde es herrlich du hast hier zigtausend möglichkeiten zigtausend gänge wurde zwischen gehen kannst das ist jetzt muss aufpassen bevor ich wieder runterfalle das ist ein schöner minecraft du kannst dir selber die gänge bauen so wie du sie brauchst kapro diorit was haben wir denn da diorit bricks besser bricks 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 sie dann kann man die nämlich immer eben rausholen so so packt man die nämlich dazwischen und dann passt hat nämlich wieder so ja sehr schön sehr schön das sieht gut aus der gefällt mir dann packt man da noch einen drauf oder hat man dir nein braucht man nicht braucht man nicht und friedolin was sagst du hat papa schön gemacht naja sieht doch bis auf die wand hier aber ist ja nicht schlimm hier kommt ja neuer hier ein neuer hier kommt der schneider hin wie kommt der schneider hin also von daher passt das schau